hallo hallo herzlich willkommen zum neuen fortnite shop und auch heute schon wieder gemeinsam was dann in den shop hineingekommen ist und wir gehen gleich ganz nach oben und sehen dass unser gildegai zurück ist nach 25 tagen wieder im shop hier mit dem umhang und dazu gibt es das schwert dann haben wir hier das zero paket zurück nach 27 tagen ist er wieder am start hier mit dem schwarzen loch als back bling dazu gibt es dann die zero point lackierung oder auf deutsch null punkt und dann haben wir in der nächsten zeile einmal den charlius maximus der ist nach 34 tagen zurück hat hier den umhang als back bling und dazu gibt es dann den gladius des charlus als achs wie gesagt die beiden sachen nach 34 tage zurück dann haben wir fertig zurück nach 33 tagen kugel des unheils als back bling und dann kommen wir zum omen der hat den umhang und ist nach 33 tagen zurück dann haben wir die schicksalsrahmen ebenfalls nach 33 tagen zurück und die orakel hacke ist auch nach 33 tagen zurück 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 und dann gibt es noch den glider spaltflügel der ebenso lange nicht im shop war so und dann gucken wir uns die täglichen an da haben wir die aerobic assassinin die ist nach 137 tagen wieder dabei mit dem rücken platter als back bling dann haben wir den seestern ist nach 57 tagen zurück und hat diese anemone als back bling dann haben wir taxi nach 32 tagen wieder zurück und die puffer lackierung ist nach 33 tagen wieder am start dann haben wir den charlin sit up nach 53 tagen zurück das papierflugzeug nach 84 tagen ja dann haben wir hier noch die kloé kim dieses jahr gestern schon reingekommen kobra kreis noch dabei hier unten ist auch noch mary jane watson und der grüne kobold und das war schon mit dem shop für heute mach hallo bis zum nächsten mal ciao eure sam